hallo minecraft willkommen zurück zu minecraft hermit pack das ist mal einfach nur eine farm folge heute könnte man schon mal ein bisschen gucken warte mal ich setze mal da unten noch eine fackelt heute können wir mal gucken ob man irgendwas interessantes an ich wollte noch 39 eisenhammer letztes mal gefahren ist sehr übel so und 36 nach der zahl der 36 kupfer haben wir 24 und das glas brauchen noch eine weile wir könnten mal ja ist gut ich kenne dich auch nicht könnten man nicht wie das geht ja mal können wir hier da unten steht ein skelett sie könnten auch mal schlafen gehen dann nehmen wir einfach das risiko hier weg sehr gut ich habe mich gerade schon gewundert deshalb das skelett nicht brennt so ein fleisch haben wir noch was stehen da noch dran ich höre noch irgendwas da ist so ein so ein so ein wegschickter urteil bündung dingster kripo gut glas ist fertig dann machen wir da noch kopf vorreihen und wir wollten gucken ob wir eine meaning nein gibt es gar nicht korte da gibt es aber die gab es ich höre hier irgendwas ich höre hier irgendwas boom kaputt ähm kupfer ok eine meintritt gibt es gar nicht ich höre lauter geräusche macht mich ein bisschen das verwirrt mich so ein bisschen lässt mich so ein bisschen paranoid werden hört ihr das auch vielleicht ist es der ofen aber wir machen nicht mal ein kleines schwert da haben wir mal drinnen auch wie drüber hoch gehen im Moment und die auch und dann Jetzt habe ich gerade die Tree Trap weggepackt. So, weil sollten wir einfach mit, wenn das da schon wächst. Also wir essen. Essen. Wir sollten uns vielleicht auch mal irgendwo ein Feld anlegen. Dann nehmen wir das mit. Karotten. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Seeds. Ist das hier die 0? Snack. Eins. Drei. Ich weiß jetzt nicht genau, was die Zahlen unten dran bedeuten. Aber das finden wir vielleicht noch. Hä? Wie schnell wächst denn das Zeug hier? Aua. Au, ja. Das waren die Bienen. So, ich glaube, hier legen wir mal ein paar Felder an. Was wir jetzt natürlich nicht mitgenommen haben. Das war jetzt wieder zu klar. Jetzt irgendwas damit, wo wir uns eine neue Schaufel machen können. Doch, wir haben einen Crafting Table. Warte mal, wir machen hier wir machen eine schnellere Rotung, der, äh, das geht nämlich viel schneller. Wie jedes Saatkorn abzubauen. So, dann kriegen wir noch einiges an Seeds raus. Nein. Habe ich hier jetzt wirklich? Lol. Ich habe hier jetzt immer wieder ein Seed gekriegt. Einfach so auf eine Wiese? Seit wann denn das? Dann müssen wir ja hier Oh, das leckt aber ein bisschen arg. Nur durch das bisschen Wasser. Bohnen. Einen Bohnensamen haben wir auch. Okay. Ähm, ich wollte mir eine neue Schaufel machen. Lass dich doch nicht immer ablenken. Wir machen uns kleine Eisenschaufel. Wir sind ja ein bisschen dekadent. Wir müssen ja natürlich erst mal ein bisschen eben machen. das, wenn sie auch so eine Felder anlegen können. Plach ... ... ... Gibt es hier Karton, das Gute, das werde ich gleich mal gucken. So, sehr schön. Was haben wir hier? Wahrscheinlich Anemone oder so. Rice Seeds, auf dem Wasser, okay. Ist gut, ist gut, ich glaube euch schon. Doch, noch einen Nall habt doch ihr. Nein, gibt es nicht. Fans, aber normale Fans gibt es wenigstens. Aber, die Bienen. Das finde ich gar nicht mal so schlecht, dass die Bienen endlich mal auch mich attackieren. Da machen die auch ein bisschen Sinn. Oh, da ist ein Chicken. Chicken. Hallo. Jetzt noch mehr Chicken. Okay. Nicht, nicht wieder ablenken lassen. Ich überlege mal gerade. Oh, Gesundheit. Na, sagt man sich nicht selbst, aber ist ja okay. So, Zäune. Zäune haben wir ein paar. Es wird schon wieder dunkel, kann das sein? Ja, wir sollten uns nach Hause begeben. Oh nein, ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Oh nein. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Ich habe einen Schluck getrunken. So, und ich wollte irgendwas hatte ich noch im Ende. So viel Eisen brauchen wir nicht. Nachher verlieren wir alles. Das sagt, ich glaube, schnell weg mit dem wichtigen Zeug. Was ist das? Rote OCD. Warum Reissamen, könnte man auch anpflanzen? Ah, Palm Service Draft. Stimmt, ja. Wie viel? Wie viel? Warte mal, ich wollte hier auch noch. Das muss man nächstes Mal machen. Ich wollte hier noch einen Weg nach oben bauen. Ja, dass wir hier nicht immer so kreuz und quer laufen müssen. Und hier werde ich vielleicht ein Brückchen rüber bauen. Dann sieht es ein bisschen cooler aus. So. Wir machen hier noch ein bisschen mehr Platz. Und dann können wir auch vielleicht für das erste Feld noch nehmen. Dann kommen wir auch vielleicht für das erste Feld noch neben. Nein! So schnell geht eine Eisenschaufel kaputt? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich habe gar nichts abgebaut und dann ist die Eisenschaufel kaputt. Ich habe gar nichts abgebaut. Ich habe gar nichts abgebaut und perfekt. Ich habe gar nichts abgebaut, aber ich habe gar nichts gekämpft. Ich habe gar nichts ab, dass ich auf der Karte kommen kann. Wir tragen nur zwei in diese Richtung und dann muss er wieder zeigen. Dann haben wir endlich genug Platz, um die genügend Felder anzulegen. Es wird natürlich die Räder noch mehr werden. Ist ja klar, aber für den Anfang sollte das heißen. So viel Saat haben wir sowieso nicht. Dann machen wir noch ein bisschen zu. Damit wir hier Zäune nicht haben. Und dann... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ja, wir machen gleich auch ein bisschen Terraformen. Dann sieht es am Ende auch schön aus. ... 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 Oh, ich habe Hunger. Scheiße. Nein. Ah. Oh, ich muss meine wertvollen. Oh, die Bohnen kann ich nicht essen. Kann ich das essen? Nein. Da hat es was. Oh, ich weiß, was ich esse. Ich weiß, was ich esse. Rohes Schweine... Oh, neun. Oh, ja. Rohes Schweinefleisch. Ja, toll. Ist nicht das Beste, ich weiß. Aber was anderes habe ich gerade nicht. Hä? Hat es geploppt, als wäre dann ein Hühnchen in ein Ei gelegt. Das hat gereicht. Das finde ich gut. Das machen wir da drüben genau das gleiche noch. Jawoll. Und dann messen wir hier mal aus. Ich glaube, neun mal neun kann man machen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, neun. Das kriegt nachher wirklich ein bisschen viel mehr. Ihr seid einfach nur nicht anders gewohnt. Ich muss hier jetzt mal zumachen. Drei, vier, fünf, sechs, neun. Was mache ich hier eigentlich? Völliger Humbug. Muss ja drumherum, muss ich wegbauen. Nicht, äh, das Feld. Ah doch, warte mal. Wir könnten hier mal... Hier müsste die Mitte sein. Da könnten wir mal Wasser platzieren. So, dann brauchen wir noch ne Hau. Und da wir es nicht anders haben, machen wir halt ne Eisenhau. Oh, Mann. Ein Silbwurm gibt's ja auch. Ein Wurm. Können wir damit angeln? Drei. Oh. Ich hab zu weit in die Hüte gestimmt gebaut. So. Jetzt war's. Und es wird schon wieder Nacht. Ich glaube, es stimmt. So, jetzt pflanze ich hier aber erst noch Zeug an. So, was haben wir hier noch? Coffee Seeds. Alles anpflanzen, was ich dabei hab. Bohnen. Reis. Ah, den kann ich schon essen. So, und, äh, nichts wie nach Hause. Na, der erste Schritt ist geschafft, unser eigenes, äh, Blumenbeet zu machen. Und die Folge ist auch schon wieder vorbei. Nicht Blumenbeet, sondern Essens, äh, Lieferantenbeet. Und, lauf ein bisschen schneller, sonst, äh, kriegst du gleich Besuch. Und nächste Folge werden wir uns dann machen, dass wir hier, äh, einen besseren Weg haben. Auf jeden Fall. Aber, das war's von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn's euch gefallen hat, lasst ein Kommentar oder ein Like da. Oder auch sogar ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Minecraft.